Okay, die nennen das Masken, da wollen wir uns nochmal ein bisschen mehr beschäftigen. Übrigens ist das aus dem Hause Maison Martin Margiela, so spreche ich das mal aus, also wenn ihr das besser aussprechen könnt, das ist egal. Und da sehen wir auch hier unten schon diese Schuhe, da muss man wirklich drauf laufen können, denn die scheinen recht schwer zu sein. Also das wäre vielleicht ganz, ja, so ein Mantel könnte man auch stricken, gar nicht schlecht, der ist weit genug und auch lang genug, hält die Kälte ab und dann kommen diese silbernen Schuhe und der Boden, der ist glatt.